Johann Wolfgang von Goethe, geboren am 28. August 1749 in Frankfurt am Main und gestorben am 22. März 1832 in Weimar, geadelt 1782, war ein deutscher Dichter. Er forschte und publizierte außerdem auf verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebieten. Ab 1776 bekleidete er am Hof von Weimar unterschiedliche politische und administrative Ämter. Goethes literarische Produktion umfasst Gedichte, Dramen, erzählende Werke in Vers und Prosa, autobiografische, ästhetische, kunst- und literaturtheoretische sowie naturwissenschaftliche Schriften. Auch sein umfangreicher Briefwechsel ist von großer literarischer Bedeutung. Goethe war ein Vorreiter und der wichtigste Vertreter des Sturm und Drang. Sein Roman »Die Leiden des jungen Wärters« machte ihn 1774 in ganz Europa berühmt. Später wandte er sich inhaltlich und formal den Idealen der Antike zu und wurde ab den 1790er Jahren gemeinsam mit Friedrich Schiller und im Austausch mit diesem zum wichtigsten Vertreter der Weimarer Klassik. Im Alter galt Goethe auch im Ausland als Repräsentant des geistigen Deutschland. Während die Wertschätzung Goethes nach seinem Tode zunächst abnahm, wurde er im Deutschen Kaiserreich ab 1871 zum Kronzeugen der nationalen Identität der Deutschen und als solcher für den deutschen Nationalismus vereinnahmt. Er setzte nun eine Verehrung nicht nur des Werks, sondern auch der Persönlichkeit des Dichters ein, dessen Lebensführung als vorbildlich empfunden wurde. Bis heute gilt Goethe als bedeutendster deutscher Dichter, sein Werk wird zu den Höhepunkten der Weltliteratur gezählt. Leben Herkunft und Jugend Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 im heutigen Goethe-Haus am Frankfurter Großen Hirschgraben geboren. Der Vater Johann Kaspar Goethe, in Klammern 1710 bis 1782, war Jurist, übte diesen Beruf jedoch nicht aus, sondern lebte von den Erträgen seines Vermögens, das später auch dem Sohn ein Leben ohne finanzielle Zwänge ermöglichen sollte. Er war vielseitig interessiert und gebildet, jedoch auch streng und pedantisch, was wiederholt zu Konflikten in der Familie führte. Goethes Mutter Katharina Elisabeth Goethe, geboren Textor, in Klammern 1731 bis 1808, entstammte einer wohlhabenden und angesehenen Frankfurter Familie. Ihr Vater war als Stadtschultheiß der ranghöchste Justizbeamte der Stadt. Die lebenslustige und kontaktfreudige Frau hatte mit 17 Jahren den damals 38-jährigen Rat Goethe geheiratet. Nach Johann Wolfgang wurden noch fünf weitere Kinder geboren, von denen jedoch nur die wenig jüngere Schwester Cornelia das Kindesalter überlebte. Mit ihr stand der Bruder in einem engen Vertrauensverhältnis. Ihren Sohn nannte die Mutter ihren Hätschelhans. Die Geschwister erhielten eine aufwendige Ausbildung. Von 1756 bis 1758 besuchte Johann Wolfgang eine öffentliche Schule. Danach wurde er gemeinsam mit der Schwester vom Vater sowie durch Hauslehrer unterrichtet. Auf dem Stundenplan standen unter anderem Französisch, Englisch, Italienisch, Latein, Griechisch, naturwissenschaftliche Fächer, Religion und Zeichnen. Außerdem lernte er Cello spielen, Reiten, Fechten und Tanzen. Schon früh kam der Junge in Kontakt mit Literatur. Das begann mit den Gute-Nacht-Geschichten der Mutter und der Bibellektüre in der frommen loterisch-protestantischen Familie. Zu Weihnachten 1753 bekam er von der Großmutter ein Puppentheater geschenkt. Das für diese Bühne vorgesehene Theaterstück lernte er auswendig und führte es immer wieder mit Begeisterung gemeinsam mit Freunden auf. Erste Ansätze seiner literarischen Fantasie bewies der kleine Goethe auch mit seinem, in Klammern nach eigener Aussage anmaßenden Talent, wunderliche Märchen zu erfinden und seinen staunenden Freunden in der Ich-Form zur spannenden Unterhaltung aufzutischen. Gelesen wurde viel im Hause Goethe. Der Vater besaß eine Bibliothek von rund 2000 Bänden. So lernte Goethe schon als Kind unter anderem das Volksbuch vom Dr. Faust kennen. Im Zuge des Siebenjährigen Krieges war von 1759 bis 1761 ein französischer Offizier im Elternhaus einquartiert. Ihm und der mitgereisten Schauspieltruppe verdankte Goethe seine erste Begegnung mit der französischen Dramenliteratur. Studium und erstes dichterisches Schaffen Leipzig Aufweisung des Vaters begann Goethe im Herbst 1765 ein Jurastudium in Leipzig. Im Gegensatz zum eher altfränkischen Frankfurt war Leipzig eine elegante, weltoffene Stadt. Goethe musste sich zunächst in Kleidung und Umgangsformen anpassen, um von seinen neuen Mitbürgern und Bürgerinnen akzeptiert zu werden. Das Pflichtstudium begann er schon bald zu vernachlässigen. Er gab den Besuch der Poetikvorlesungen von Christian Fürchtegott-Gellert den Vorzug, der jedoch von den poetischen Versuchen seines Schülers wenig hielt. Der Maler Adam Friedrich Oeser, bei dem Goethe den Frankfurter Zeichenunterricht fortsetzte, machte ihn mit dem an der Antike orientierten Kunstideal seines Schülers Johann Joachim Winkelmann bekannt. Oeser förderte zudem Goethes Kunstverständnis und künstlerisches Urteilsvermögen. Bei einem Kupferstecher erlernte Goethe die Techniken des Holzschnitts und der Radierung. Fern dem Elternhaus genoss der 16- und 17-Jährige größere Freiheiten. Er besuchte Theateraufführungen oder verbrachte die Abende mit Freunden. In die Leipziger Zeit fiel Goethes erste Verliebtheit. Die Romanze mit der Handwerkertochter Käthien Schönkopf wurde nach zwei Jahren im gegenseitigen Einvernehmen wieder gelöst. Die Gefühlsaufwallungen dieser Jahre beeinflussten Goethes Schreibstil. Hatte er zuvor schon Gedichte im regelgerechten Stil des Rokoko verfasst, so wurde ihr Tonfall nun freier und stürmischer. Eine Sammlung von 19 Gedichten, abgeschrieben und illustriert von seinem Freund Ernst Wolfgang Berisch, ergab das Buch Annette. Eine weitere kleine Gedichtssammlung wurde 1769 unter dem Titel Neue Lieder als erstes von Goethes Werken gedruckt. Im Juli 1768 erlitt Goethe einen Blutsturz, wahrscheinlich Tuberkulose. Wieder halbwegs reisefähig kehrte er im August ins Elternhaus zurück. Frankfurt und Straßburg Die lebensbedrohliche Erkrankung erforderte eine lange Rekonvaleszenz und machte ihn empfänglich für die Vorstellungen des Pietismus, die eine Freundin der Mutter, die Herrnhuterin Susanne von Klettenberg, ihm nahe brachte. Er beschäftigte sich außerdem mit mystischen und alchemistischen Schriften, eine Lektüre, auf die er später im Faust zurückgreifen sollte. Unabhängig davon verfasste er in dieser Zeit sein erstes Lustspiel, Die Mitschuldigen. Im April 1770 setzte Goethe sein Studium in Straßburg fort. Diesmal widmete er sich zielstrebiger den juristischen Studien, fand aber auch Zeit, eine ganze Reihe persönlicher Bekanntschaften anzuknüpfen. Die wichtigste davon war die mit dem Theologen, Kunst- und Literaturtheoretiker Johann Gottfried Herder. Der Ältere öffnete ihm die Augen für die ursprüngliche Sprachgewalt von Autoren wie Homer, Shakespeare und Ossian sowie der Volkspoesie und gab so entscheidende Impulse für Goethes sichterische Entwicklung. Später sollte er auf Goethes Fürsprache hin in weimarische Dienste berufen werden. Auf einem Ausritt in die Umgebung lernte er in Sessenheim die Pfarrerstochter Friederike Brion kennen und lieben. Bei seiner Abreise aus Straßburg beendete der bindungsscheue junge Goethe die Beziehung. Die an Friederike gerichteten Gedichte, die später als Sessenheimer Lieder bekannt wurden, in Klammern unter anderem Willkommen und Abschied, Maillied und Heidenröslein, waren in ihrer Ausdruckskraft der Revolutionäre Beginn einer neuen lyrischen Epoche. Im Sommer 1771 reichte Goethe seine juristische Dissertation, den Legislatoribus, ein, die allerdings wegen einiger darin enthaltener gegen die Kirche gerichteter Ketzereien nicht angenommen wurde und heute nicht mehr erhalten ist. Die Universität bot ihm jedoch die Möglichkeit, das Lizenzial zu erwerben. Grundlage der Disputation am 6. August 1771, die er cum applausu bestand, waren 56 Thesen in lateinischer Sprache unter dem Titel Positionis Joris. In der vorletzten These spricht er die Streitfrage an, ob eine Kindsmörderin der Todesstrafe zu unterwerfen sei. Das Thema griff er in künstlerischer Form wieder in der Gretientragödie auf. Zeit des Sturm und Drang Zurück in Frankfurt eröffnete Goethe eine kleine Anwaltskanzlei, die bei bald nachlassendem Interesse und geringem Arbeitseifer des frischgebackenen Juristen vier Jahre lang bis zur Abreise nach Weimar bestehen blieb. Wichtiger als der Anwaltsberuf war Goethe die Dichtung. Ende 1771 brachte er, innerhalb von sechs Wochen, die Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand zu Papier. Nach einer Überarbeitung wurde das Drama 1773 als Götz von Berlichingen im Selbstverlag veröffentlicht. Das mit allen überlieferten dramatischen Regeln brechende Werk fand begeisterte Aufnahme und gilt als das Gründungsdokument der Sturm und Drang. Im Mai 1772, also zwischen den beiden Niederschriften des Götz, schrieb Goethe sich, wiederum auf Rängen des Vaters, als Praktikant beim Reichskammergericht in Wetzlar ein. Sein dortiger Kollege Johann Christian Kästner beschrieb den damaligen Goethe. Er besitzt, was man Genie nennt, und eine ganz außerordentliche Einbildungskraft. Er ist in seinen Affekten heftig. Er hat eine edle Denkungsart. Er ist ein Mensch von Charakter. Er ist bizarr und hat in seinem Betragen seinem Äußerlichen Verschiedenes, das ihn unangenehm machen könnte. Aber bei Kindern, bei Frauenzimmern und vielen anderen ist er doch wohl angeschrieben. Er tut, was ihm gefällt, ohne sich darum zu kümmern, ob es anderen gefällt, ob es Mode ist, ob es die Lebensart erlaubt. Aller Zwang ist ihm verhasst. Wieder schenkte Goethe den juristischen Studien wenig Aufmerksamkeit. Stattdessen befasste er sich mit den antiken Autoren und verliebte sich in Charlotte Buff, Kästners Verlobte. Als nach wenigen Monaten die Situation zu eskalieren drohte, verließ er Wetzlar fluchtartig. Anderthalb Jahre später verwob er diese Erfahrung sowie weitere eigene und fremde Erlebnisse in dem Roman »Die Leiden des jungen Werther«, den er Anfang 1774 innerhalb von nur vier Wochen niederschrieb. Das hochemotionale Werk machte seinen Autor binnen Kurzem in ganz Europa berühmt. Goethe selbst erklärte den ungeheuren Erfolg des Buches und das von ihm ausgelöste Werther Fieber später damit, dass es genau die Bedürfnisse der damaligen Zeit getroffen habe. Der Dichter selbst rettete sich mit der schöpferischen Arbeit am Werther aus seiner eigenen, krisenhaften Lebenssituation. Ich fühle mich wie nach einer Generalbeichte, wieder froh und frei und zu einem neuen Leben berechtigt. Die Jahre zwischen der Rückkehr aus Wetzlar und der Abreise nach Weimar gehörten zu den produktivsten in Goethes Leben. Außer dem Werther entstanden die großen Hymnen, in Klammern unter anderem Ganymed, Prometheus und Mahomets Gesang, mehrere Kurzdramen, in Klammern unter anderem das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern und Götter, Helden und Wieland, sowie die Dramen Clavigo und Steller, ein Schauspiel für Liebende. Auch griff Goethe in dieser Zeit zum ersten Mal den Fauststoff auf. Zu Ostern 1775 verlobte Goethe sich mit der Frankfurter Bankierstochter Lili Schönemann. Die Beziehung litt bald unter der Unvereinbarkeit der Familien in Milieu und Lebensstil. Zudem fürchtete der Dichter, eine Ehe mit seinen Lebensplänen nicht vereinbaren zu können. Um Abstand zu gewinnen, folgte er einer Einladung der Brüder Christian und Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg, zu einer mehrmonatigen Reise durch die Schweiz. Im Oktober wurde die Verlobung aufgelöst. Goethe, der unter der Trennung sehr litt, nahm nun eine Einladung des 18-jährigen Herzogs Karl August zu einer Reise nach Weimar an. Minister in Weimar Im November 1775 erreichte Goethe Weimar. Die Hauptstadt des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach zählte rund 6.000 Einwohner, das Herzogtum rund 100.000, war aber dank des Wirkens der Herzogin Mutter Anna Amalia im Begriff, sich zu einem kulturellen Zentrum zu entwickeln. Goethe gewann schnell das Vertrauen des acht Jahre jüngeren Herzogs Karl August. Als dieser ihm vorschlug, bei der Leitung des Staates mitzuwirken, nahm Goethe nach einigem Zögern an. Dabei bestimmte ihn das Bedürfnis nach praktisch wirksamer Tätigkeit. Wär's auch nur auf ein paar Jahre, ist doch immer besser als das untätige Leben zu Hause, wo ich mit der größten Lust nichts tun kann. Hier hab ich noch ein paar Herzogtümer vor mir. Im Staatsdienst Goethe wurde am 11. Juni 1776 1776 geheimer Legationsrat und Mitglied des Geheimen Konsiliums des dreiköpfigen Beratergremiums des Herzogs. Er schreibt am 14. Mai 1780 an Kästner über sein literarisches Schaffen während des Staatsdienst. Meine Schriftstellerei subordiniert sich dem Leben, doch erlaube ich mir nach dem Beispiel des großen Königs, der täglich einige Stunden auf die Flöte wandte, auch manchmal ein Übung in dem Talente, das mir eigen ist. Seine Beamtentätigkeit erstreckte sich im Jahre 1779 auf das Wegbauministerium, vor allem aber auf die Erneuerung des Ilmenauer Bergbaus. Im selben Jahr übertrug man ihm außerdem das Kriegsministerium, in dem er sich um die Rekrutierungen bemühte. Sein Hauptanliegen war es, durch Einschränkung der öffentlichen Ausgaben bei gleichzeitiger Förderung der Wirtschaft den völlig verschuldeten Staatshaushalt zu sanieren. Dies gelang zumindest teilweise, zum Beispiel brachte die Halbierung der Streitkräfte Einsparungen. Schwierigkeiten und die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen im Staatsdienst bei gleichzeitiger Arbeitsüberlastung führten in die Resignation. Goethe notierte 1779 im Tagebuch, »Es weiß kein Mensch, was ich tue und mit wie vielen Feinden ich kämpfe, um das weniger hervorzubringen.« Durch Reisen mit dem Herzog machte sich Goethe mit Land und Leuten vertraut. Seine Tätigkeiten führten ihn unter anderem nach Apolda, dessen Not er beschreibt, wie auch in andere Gebiete des Herzogtums. Zumeist im Rahmen dienstlicher Pflichten unternahm Goethe in seinem ersten Weimarer Jahrzehnt mehrere Reisen über die Landesgrenzen hinaus, darunter im Frühjahr 1778 eine Reise nach Dessau und Berlin, vom September 1779 bis Januar 1780 in die Schweiz, sowie mehrmals in den Harz, in Klammern 1777, 1783 und 1784. Hofrat Johann Joachim Christoph Bode, der nach Weimar gekommen war, weckte Goethes Interesse an der Weimarer Freimaurerloge, Amalia. Während seiner Schweizreise unternahm Goethe erste Bemühungen, aufgenommen zu werden. Am 23. Juni 1780 trat er der Loge bei. Goethes Tätigkeiten in Ilmenau und seine deutliche Bekämpfung der Korruption veranlassten den Herzog, ihn 1782 zum Finanzminister zu ernennen. Im selben Jahre noch wurde er zur Aufsichtsperson der Universität Jena. Auf Antrag des Herzogs erhielt er am 10. April 1782 vom Kaiser das Adelsdiplom, das ihm sein Wirken am Hof und in Staatsgeschäften erleichtern sollte. Die Immediatkommissionen zwischen 1776 und 1783 waren Goethes Hauptbetätigungsfeld, um Reformvorhaben durchzusetzen, da das erstarrte Behördensystem dazu nicht in der Lage war. Die Reformbemühungen Goethes wurden in den 80er Jahren durch die Aristokratie im Herzogtum behindert. Ab 1786 zog Goethe sich aus den Staatsgeschäften zurück, blieb jedoch für den Herzog ein wichtiger Berater. Der auf Goethes Initiative sanierte Kupfer- und Silberbergbau in Ilmenau erwies sich letztlich als wenig erfolgreich. 1796 wurde das Bergwerk durch einen Stollenbruch vernichtet und der Abbau musste nach einigen Jahren schließlich ganz eingestellt werden. Nominell gehörte Goethe dem geheimen Konsilium bis zu dessen Auflösung im Jahr 1815 an. Goethes Wirken im Konsilium wird in der Literatur unterschiedlich beurteilt. Gilt er einigen Autoren als aufklärerischer Reformpolitiker, der sich unter anderem um die Befreiung der Bauern von drückenden Frohn- und Abgabenlasten bemühte, so wird von anderen herausgestellt, dass er in amtlicher Funktion sowohl die Zwangsrekrutierung von Landeskindern für die preußische Armee als auch Maßnahmen zur Einschränkung der Redefreiheit befürwortete. In einem anderen Fall votierte er für die Hinrichtung der ledigen Mutter Johanna Katharina Höhn, die ihr Neugeborenes aus Verzweiflung getötet hatte, im Gegensatz zu der Verständnis- und mitleidsvollen Haltung, die er später in der Gretchentragödie zum Ausdruck bringen sollte. Ungewiss ist, ob er dabei aus Überzeugung handelte oder sich nur obrigkeitlichen Rücksichten beugte. Dichtung und Naturwissenschaften In seinem ersten Weimarer Jahrzehnt veröffentlichte Goethe außer einigen in Zeitschriften verstreuten Gedichten nichts. Die tägliche Arbeit ließ ihm zu ernsthafter dichterischer Tätigkeit wenig Zeit, zumal er auch für die Gestaltung von Hoffesten und die Belieferung des höfischen Liebhabertheaters mit Singspielen und Theaterstücken zuständig war. Zu diesen Gelegenheitsproduktionen, die er oft als eine lästige Pflicht ansah, gehört eine Neufassung des Jahrmarktsfestes zu Plundersweilern. Anspruchsvolle Arbeiten dieser Zeit waren eine erste Prosa-Fassung der Ephigenier auf Tauris. Er begann außerdem den Egmund, Tasso und Wilhelm Meister. In dieser Zeit entstanden außerdem einige der bekanntesten Gedichte Goethes. Neben den Liebesgedichten für Charlotte von Stein, in Klammern zum Beispiel »Warum gabst du uns die tiefen Blicke«, waren dies unter anderem »Der Erlkönig«, »Wanderers Nachtlied«, »Grenzen der Menschheit« und »Das Göttliche«. Um 1780 begann Goethe, sich systematisch mit naturwissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Er führte dies später auf seine amtliche Beschäftigung mit Fragen des Berg- und Ackerbaus, der Holzwirtschaft und so weiter zurück. Sein Hauptinteresse galt zunächst der Geologie und der Mineralogie, der Botanik und der Osteologie. Auf diesem Gebiet gelang ihm 1784 die vermeintliche Entdeckung, in Wirklichkeit Wiederentdeckung, des Zwischenkieferknochens beim Menschen. Im gleichen Jahr schrieb er seinen Aufsatz über den Granit und plante ein Buch mit dem Titel »Roman der Erde«. Die wichtigste und prägendste Beziehung Goethes während dieses Weimarer Jahrzehnts war die zu der Hofdame Charlotte von Stein. Die sieben Jahre ältere hatte vier ihrer sieben Kinder verloren und lebte in einer Zweckehe. Ca. 1700 Briefe, Billette und Zettelgen Goethes und zahlreiche Gedichte sind die Dokumente einer außergewöhnlich innigen Liebesbeziehung. In Klammern Frau von Steins Briefe sind nicht erhalten. Es wird darin unter anderem deutlich, dass die Geliebte den Dichter als Erzieherin förderte. Sie brachte ihm höfische Umgangsformen bei, besänftigte seine innere Unruhe, stärkte seine Selbstdisziplin. Die Frage, ob es sich auch um ein sexuelles Verhältnis oder um eine reine Seelenfreundschaft handelte, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. Die Mehrzahl der Autoren geht davon aus, dass Charlotte von Stein sich den erotischen Wünschen des Geliebten verweigerte. Häufig wird die These des Psychoanalytikers Kurt Eisler vertreten, wonach Goethe erste sexuelle Erfahrungen als 38-Jähriger in Rom machte. Das Verhältnis endete mit Goethes heimlicher Abreise nach Rom 1786, welche die tief verletzte Frau von Stein ihm nicht verzeihen konnte. Sein nach der Rückkehr aufgenommenes Verhältnis mit Christiane Vulpius führte zum völligen Bruch. Erst im Alter fanden beide erneut zu einer freundschaftlichen Beziehung. Reise nach Italien 1786 geriet Goethe in eine Krise. In seiner amtlichen Tätigkeit hatte er nicht die erhoffte Erfüllung gefunden, die Beziehung zu Charlotte von Stein gestaltete sich zunehmend unbefriedigend, er litt unter den Zwängen des Hoflebens. Vor allem aber war es eine Identitätskrise. Er wusste nicht mehr, was seine eigentliche Bestimmung war und lebte nicht in Übereinstimmung mit sich selbst. Dieser Situation entfloh er durch eine Reise nach Italien. Im September 1786 brach er ohne Abschied auf. Nur der Herzog und sein Diener Philipp Seidel waren informiert. Die geheime Abreise mit unbekanntem Ziel war wohl Teil einer Strategie, die es Goethe ermöglichen sollte, seine Ämter niederzulegen, das zugehörige Gehalt jedoch weiter zu beziehen. Auch reiste er unter einem Pseudonym, da sich der weltberühmte Autor des Werther anders nicht ohne soziale Kontrolle in der Öffentlichkeit bewegen konnte. Nach Zwischenaufhalten in Verona, Vicenza und Venedig erreichte Goethe im November Rom. Dort blieb er mit einem viermonatigen Abstecher nach Neapel und Sizilien bis Ende April 1788. Nach Zwischenstationen unter anderem in Siena, Florenz, Parma und Mailand gelangte er zwei Monate später zurück nach Weimar. In Rom wohnte Goethe bei dem deutschen Maler Wilhelm Tischbein und stand in regem Austausch mit anderen Mitgliedern der deutschen Künstlerkolonie in Rom, darunter Angelika Kaufmann, Philipp Hackert, Friedrich Burry und dem Schweizer Johann Heinrich Mayer, der ihm später nach Weimar folgen und dort unter anderem sein künstlerischer Berater werden sollte. In freundschaftlicher Verbindung stand er auch mit dem Schriftsteller Karl Philipp Moritz. Im Gespräch mit diesem bildeten sich die kunsttheoretischen Anschauungen aus, die später grundlegend für Goethes klassische Auffassung werden sollten. Goethe lernte in Italien die Bau- und Kunstwerke der Antike und der Renaissance kennen und bewundern. Seine besondere Verehrung galt Raphael und dem Architekten Andrea Palladio. Unter Anleitung seiner Künstlerfreunde übte er sich mit großem Ehrgeiz im Zeichnen. Etwa 850 Zeichnungen Goethes sind aus der italienischen Zeit erhalten. Erst jetzt entschied er nicht zum Künstler, sondern zum Dichter geboren zu sein. Auch mit literarischen Arbeiten beschäftigte er sich in Italien. Unter anderem brachte er die bereits in Prosa vorliegende Ephigenie in Versform, vollendete den zwölf Jahre zuvor begonnenen Egmund und setzte den Tasso fort. Daneben beschäftigte er sich mit botanischen Studien. Vor allem aber lebte er. Im Schutze des Inkognitos, in Klammern den deutschen Freunden war seine wahre Identität jedoch bekannt, konnte er sich in einfachen Gesellschaftsschichten bewegen, seiner Freude an Spielen und Späßen freien Lauf lassen und erotische Erfahrungen machen. Die Reise wurde für Goethe zu einem einschneidenden Erlebnis. Er selbst sprach von einer Wiedergeburt, die er in Italien erfahren habe. An ihrem Ende hatte er sich selber wiedergefunden und beschlossen, seine Tätigkeit künftig auf das zu beschränken, was ihm seinem Wesen gemäß schien. Zeit der Weimarer Klassik Beziehung zu Christiane Wulpius Wenige Wochen nach seiner Rückkehr machte Goethe die 23-jährige Christiane Wulpius zu seiner Geliebten und bald darauf auch Lebensgefährtin. Im Dezember 1789 wurde der Sohn August geboren. Vier darauf folgende Kinder sollten jeweils nur einige Tage leben. Noch im Spätsommer 1790 machte Goethe auf seiner Reise nach Schlesien der 21-jährigen Henriette von Lütwitz einen Heiratsantrag. Der wenig gebildeten, aus einfachen Verhältnissen stammenden Christiane blieb der Zugang zur Weimarer Gesellschaft, in der Goethe sich bewegte, verschlossen. Sie galt dort als ordinär und vergnügungssüchtig, erschwerend kam die Illegitimität des unständesgemäßen Verhältnisses hinzu. Goethe schätzte ihr natürliches, fröhliches Wesen. Er hielt an der Verbindung mit seinem kleinen Erotikon bis an Christianes Lebensende 1816 fest, erleichterte ihre gesellschaftliche Stellung aber erst 1806 durch eine Heirat. Amtliche Aufgaben und Politik Nach seiner Rückkehr ließ Goethe sich vom Herzog von den meisten seiner amtlichen Pflichten entbinden. Den Sitz im Konsilium und damit die Möglichkeit politischer Einflussnahme behielt er jedoch bei. Er übernahm nun eine Reihe von Aufgaben aus dem kulturellen und wissenschaftlichen Bereich, darunter die Leitung der Zeichenschule und die Aufsicht über das öffentliche Bauwesen. Von 1791 bis 1817 leitete er das Weimarer Hoftheater, eine Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nahm, war er doch für sämtliche Belange zuständig, von der Auswahl der Stücke über deren Inszenierung bis zur Finanzplanung. Daneben war Goethe in Angelegenheiten der zum Herzogtum gehörenden Universität Jena beratend tätig. Seiner Unterstützung ist die Berufung einer Reihe namhafter Professoren zu verdanken, darunter Johann Gottlieb Fichte, Georg Hegel, Friedrich Schelling und Friedrich Schiller. Nachdem ihm 1807 die Aufsicht über die Universität übertragen worden war, setzte Goethe sich vor allem für den Ausbau der naturwissenschaftlichen Fakultät ein. Zu Goethes Pflichten gehörte auch eine dreimonatige Reise nach Venedig 1790, um die von ihrer Italienreise zurückkehrende Herzogin Mutter abzuholen. Die Hochstimmung der ersten Italienreise wiederholte sich jedoch nicht. Enttäuscht registrierte der Dichter nun auch die politischen und sozialen Missstände im Land. 1789 wurde Europa durch die französische Revolution erschüttert, der Goethe ablehnend gegenüber stand. Er war ein Befürworter allmählicher Reformen im Sinne der Aufklärung und fühlte sich insbesondere durch die Gewaltexzesse im Gefolge der Revolution abgestoßen. Andererseits sah er die Schuld dafür aber beim Ancien Regime. Rückblickend sagte er später, auch war ich vollkommen überzeugt, dass irgendeine große Revolution nie Schuld des Volkes ist, sondern der Regierung. Revolutionen sind ganz unmöglich, sobald die Regierungen fortwährend gerecht und fortwährend wach sind, sodass sie ihnen durch zeitgemäße Verbesserungen entgegenkommen und sich nicht so lange sträuben, bis das Notwendige von unten her erzwungen wird. 1792 begleitete Goethe den Herzog, auf dessen Wunsch in den ersten Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich. Drei Monate lang erlebte er als Beobachter das Elend und die Gewalttaten dieses Krieges, der mit einem französischen Sieg endete. Wiederum drei Monate war der Dichter im Sommer 1793 unterwegs, um auf Wunsch des Herzogs die Belagerung von Mainz mitzuerleben. 1796 trat das Herzogtum dem preußisch-französischen Sonderfrieden von Basel bei. Die nun folgende zehnjährige Friedenszeit ermöglichte mitten im vom Kriegsgeschehen erschütterten Europa die Blüte der Weimarer Klassik. Naturwissenschaft, Dichtung, Bund mit Schiller In den Jahren nach seiner Italienreise beschäftigte Goethe sich zunächst vor allem mit der Naturforschung. 1790 veröffentlichte er seinen Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. Außerdem begann er mit seinen Untersuchungen zur Farbenlehre, die ihn bis ans Lebensende beschäftigen sollte. Dagegen gelangte die dichterische Produktion zunächst zu einem gewissen Stillstand. Ursache waren seine Entfremdung vom einstigen Freundeskreis und dessen Desinteresse, die Erschütterungen durch die Revolution und der augenblickliche Publikumserfolg von Werken, die Goethes neu erworbener klassischer Kunstanschauung diametral entgegenstanden. Zu den Werken der frühen 1790er Jahre gehören die bald nach seiner Rückkehr entstandenen römischen Elegien eine Sammlung erotischer Gedichte, die nicht nur die Erinnerung an die amorösen Abenteuer seiner ersten Italienreise, sondern auch den Ausdruck seiner Leidenschaft für Christiane in die Formen antiker Dichtung kleiden. Der zweiten Italienreise entsprangen die venezianischen Epigramme, eine Sammlung von Bonmos und Spottgedichten auf die europäischen Zustände. 1792 und 1793 setzte er das bekannte Tierepos von Reinicke Fuchs in Hexameter. Unter den Eindrücken der Revolution entstand eine Reihe satirischer, antirevolutionärer, aber auch antiabsolutistischer Komödien, der Groß Kofta von 1791, der Bürgergeneral 1793 und das Fragment die Aufgeregten 1793. Sie alle dokumentieren Goethes scheiterndes Bemühen, revolutionäres Geschehen angemessen in ein Bühnenspiel umzusetzen. Im Sommer 1794 bat er als Geschichtsprofessor im nahen Jena und ab Ende 1799 in Weimar lebende Friedrich Schiller Goethe um dessen Mitarbeit an einer von ihm geplanten Zeitschrift für Kultur und Kunst, den Horen. Die beiden Dichter waren in der Vergangenheit bereits mehrfach zusammengetroffen, ohne dass sich daraus eine engere Beziehung entwickelt hätte. Nach der Zusage Goethes stellten sie nun fest, dass sie in der Ablehnung der Revolution ebenso übereinstimmten wie in der Hinwendung zur Antike als höchsten künstlerischen Ideal. Dies war der Beginn eines intensiven Arbeitsbündnisses, aus dem zwar alles Persönlichere ausgeklammert war, das jedoch geprägt war von tiefem Verständnis für das Wesen und die Arbeitsweise des Anderen. In der gemeinsamen Erörterung ästhetischer Grundsatzfragen entwickelten beide eine Literatur- und Kunstauffassung, die als Weimarer Klassik zur literaturhistorischen Epochenbezeichnung werden sollte. Goethe, dessen literarisches Schaffen ebenso wie dasjenige Schillers zuvor ins Stocken gekommen war, betonte mehrmals die anregende Wirkung der Zusammenarbeit mit dem Zehn Jahre Jüngeren. Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht. Beide Dichter nahmen lebhaften, theoretischen und praktischen Anteil an den Werken des Anderen. So beeinflusste Goethe Schillers Wallenstein, während dieser die Entstehung von Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre kritisch begleitete und ihn zur Fortführung des Faust ermunterte. Wichtig waren auch gemeinsame publizistische Projekte. Zwar beteiligte Schiller sich kaum an Goethes kurzlebiger Kunstzeitschrift Propyläen, dieser jedoch veröffentlichte zahlreiche Werke in den Horen und den ebenfalls von Schiller herausgegebenen Musenalmanachen. Der Musenalmanach für das Jahr 1797 brachte eine Sammlung gemeinschaftlich verfasster Spottverse, die Xenien. Im Musenalmanach des Folgejahres erschienen die berühmtesten Balladen beider Autoren wie Goethes Der Zauberlehrling, Der Schatzgräber, Die Braut von Korinth, Der Gott und die Bayadere, sowie Schillers Der Taucher, Die Kraniche des Ibikus, Der Ring des Polykrates, Der Handschuh und Ritter Toggenburg. Neben den bereits genannten Werken verfasste Goethe in dieser Periode die Unterhaltung deutscher Ausgewanderten und das Versepos Hermann und Dorothea, das aktuelles Zeitgeschehen in das Gewand des klassischen Hexameters kleidet. Mit diesem Werk gelang Goethe der einzige klassische Publikumserfolg. Mit dem Tod Schillers 1805 endete die prägende Periode der Weimarer Klassik. Der späte Goethe Den Tod Schillers im Jahr 1805 empfand Goethe als einschneidenden Verlust. In dieser Zeit setzten ihm zudem verschiedene eigene Krankheiten, zum Beispiel Gesichtsrose oder Nierenkuliken zu. Ein tiefer Einschnitt in Goethes Leben war neben dem Verlust des Weggefährten der sich abzeichnende Krieg mit Napoleon Bonaparte. Im Geiste sah Goethe sich mit seinem Herzog bereits bettelnd und asylsuchend durch Deutschland ziehen. In Klammern seine Neigung zu Pessimismus nannte er seine schwarze Seite. Die feste Eheschließung mit Christiane hinderte Goethe allerdings nicht, bereits 1807 eine tiefe Neigung für Minna Herzlieb, die 18-jährige Pflegetochter des Buchhandels Frommmann in Jena zu entwickeln. Nachklang der inneren Erlebnisse dieser Zeit ist sein letzter Roman »Die Wahlverwandtschaften« von 1809. Charakteristisch für Goethe ist, wie er in diesem Werk Poesie und Naturforschung verknüpft. In der zeitgenössischen Chemie gebrauchte man den Begriff der Wahlverwandtschaft der Elemente. Goethe wäre gern das allumfassende Universalgenie gewesen, musste aber vor der millionenfachen Hydra der Empirie die Segel streichen. Die Fülle des Stoffes war nicht mehr zu erfassen. Immerhin bereitete er ab 1806 eine neue Gesamtausgabe seiner Werke in Klammern bei Kotter in Stuttgart vor. Hierfür schloss er auch endlich den ersten Teil des Faust ab. 1809 begann Goethe eine Autobiografie zu verfassen. Ein Jahr später veröffentlichte er die sehr aufwendig ausgestattete Farbenlehre. Er forschte in den Literaturen des Auslands und aller Zeitalter. Als die Menschen sich gegen die französische Fremdherrschaft erhoben, flüchtete Goethe geistig in den Nahen Orient. Er begann das Studium des Arabischen und Persischen, las im Koran und Verse des persischen Dichters Hafis. Als Bettina Brentano in Weimar auftauchte, half sie mit dem von seiner Mutter erhaltenen Wissen über Goethes Jugend beim Fortgang der Lebensbeschreibung aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit. Diese Darstellung versah Goethe später mit zahlreichen Nachträgen, unter anderem in den Annalen und in der italienischen Reise von 1786 bis 1788. Als Sekretär wurde ihm Friedrich Riemer, in Klammern seit 1805 Erzieher seines Sohnes, bald unentbehrlich. Mit Karl Friedrich Zelter, dessen Musik seinen Ohren angenehmer klang als das Getöse Beethovens, begann er einen über 30 Jahre anhaltenden und ausgedehnten Briefwechsel, in Klammern 1799 bis 1832, da er sich von ihm nicht nur in Fragen der Musik aufs Freundschaftlichste verstanden fühlte. 1814 reiste Goethe in die Rhein- und Main-Gegend. In Frankfurt traf er den Bankier Johann Jakob von Willemar und dessen Partnerin Marianne Jung, die wenige Wochen später, noch während Goethes Anwesenheit und auf seinen Rat hin heirateten. Goethe war zwar 65 Jahre, fühlte sich jedoch keineswegs zu alt und verliebte sich in Marianne. Sie wurde zur Muse und Partnerin in der Dichtung. Goethe besuchte die Willemars im folgenden Jahr wieder. Ein letztes Mal sah er die Heimat. Auf die späteren Einladungen der Willemars antwortete er nicht mehr. Aber es entstanden weiter Verse von Nachtigall und Rose, Wein und Liebe, bis er den westöstlichen Divan abschloss. Im Jahr 1850 enthüllte Marianne gegenüber Hermann Grimm, dass einige der Liebesgedichte in dieser Sammlung von ihr stammten. Konzentration und Werkaufbereitung 1816 starb Goethes Frau Christiane nach langer Krankheit. 1817 konnte er die Leitung des Hoftheaters abgeben. Die Schwiegertochter kümmerte sich fortan um sein Wohl. Das kleine Herzogtum war, entgegen Goethes Befürchtungen, unbeschadet aus den Wirren der Napoleonischen Kriege hervorgegangen. Karl August durfte sich sogar königliche Hoheit nennen. Während es in den Köpfen der Studenten in Jena und anderswo brannte, schuf Goethe Ordnung in seinen Papieren. In diesen Jahren entstand Geschichte meines botanischen Studiums in Klammern 1817 bis 1824 folgten in der Schriftenreihe zur Naturwissenschaft überhaupt Gedanken unter anderem zur Morphologie, Geologie und Mineralogie. In Klammern hier findet sich auch die Darstellung der Morphologie der Pflanzen in Form einer Elegie, die er bereits um 1790 für seine Geliebte verfasst hatte. In dieser Zeit stand er auch in Kontakt mit dem Forstwissenschaftler Heinrich Kotta den er bereits 1813 erstmals in Tharand aufgesucht hatte. Er schloss Freundschaft mit Karl Friedrich Reinhardt und Kaspar Maria von Sternberg. Zeitweise widmete sich Goethe mystischen Aspekten, die ihren Niederschlag in Urworte Orphisch fanden. Die Tagebücher und lange liegen gebliebenen Notizen dienten ihm zur Aufarbeitung der italienischen Reise. 1821 folgte Wilhelm Meisters Wanderjahre eine Sammlung kleiner Novellen. Goethe wählte nun Marienbad als Kurort. Die letzten Werke und Reisen 1823 erkrankte Goethe an einer Herzbeutelentzündung. Nachdem er sich erholt hatte, wurde er geistig lebendiger als zuvor. Der Kreis hielt ernsthaft um die Hand der 19-jährigen Ulrike von Levertsoe an, die er mit ihrer Mutter in Karlsbad kennengelernt hatte. Sie wies ihn jedoch ab. Auf der Heimreise schrieb er sich die Enttäuschung mit der Marienbader Elegie von der Seele. Dann wurde es immer stiller und friedlicher in ihm und um ihn. Seine Tage verbrachte er immer einsiedlerischer, allzeit beschäftigt, die Kräfte zu nutzen, die noch geblieben waren. Er nahm die Arbeit am zweiten Teil des Faust wieder auf. Er schrieb kaum noch selbst, sondern diktierte. So konnte er nicht nur einen umfangreichen Briefwechsel bewältigen, sondern auch seine Erkenntnisse und Lebensweisheiten in weit ausholenden Gesprächen dem ihm ergebenen jungen Dichter Johann Peter Eckermann anvertrauen. 1828 starb Goethes Gönner Karl August, 1830 sein Sohn August. In dem selben Jahr schloss er die Arbeit am zweiten Teil des Faust ab. Es war ein Werk, an dem ihm das jahrelange Werden das wichtigste war, formal ein Bühnenstück, tatsächlich kaum auf der Bühne spielbar, eher ein fantastischer Bilderbogen, vieldeutig, wie viele seiner Dichtungen. Schließlich schaltete er sich noch in die Kontroverse der beiden Paläontologen Georges Cuvier und Etienne Geoffroy Saint-Dilaire in Klammern Katastrophismus versus kontinuierliche Entwicklung der Arten ein. Geologie und Entwicklungslehre beschäftigten ihn ebenso wie der Regenbogen, den er mittels seiner Farbenlehre nie hatte erklären können. Auch die Frage, wie Pflanzen wachsen, ließ ihn nicht los. Noch wenige Wochen vor seinem Tod diktierte er an Ferdinand Wackenroder »Es interessiert mich höchlich, inwiefern es möglich sei, der organisch-chemischen Operation des Lebens beizukommen, durch welche die Metamorphose der Pflanzen nach einem und demselben Gesetz auf die mannigfaltigste Weise bewirkt wird. Allein mir scheint offenbar, dass die durch die Wurzel aufgesogene Feuchtigkeit schon durch sie verändert wird und wie die Pflanze sich gegen das Licht erhebt. Daher kam der Wunsch, dem sie so freundlich entgegen arbeiteten, die Luftart, wodurch die Schoten sich aufblähen, näher bestimmt zu sehen. Im August 1831 zog es Goethe nochmals in den Thüringer Wald, dahin, wo er einst seine ersten naturwissenschaftlichen Anregungen bekommen hatte und er begab sich nach Ilmenau. 51 Jahre nachdem er 1780 an eine Bretterwand in der Jagdhütte Goethe-Häuschen auf dem Kickelhahn bei Ilmenau sein bekanntes Gedicht Wanderers Nachtlied in Klammern über allen Gipfeln des Droh geschrieben hatte, besuchte er diese Wirkstätte 1831 kurz vor seinem letzten Geburtstag erneut. Tod Am 22. März 1832 starb Goethe vermutlich an einem Herzinfarkt. Dass seine letzten Worte gelautet haben sollen mehr Licht ist umstritten. Die Aussage geht auch seinen Arzt Karl Vogel zurück, der sich jedoch im betreffenden Moment nicht im Sterbezimmer aufhielt. Goethe wurde am 26. März in der Weimarer Fürstengruft bestattet. Sowohl sein Weimarer Wohnhaus als auch sein Gartenhaus, in denen etliche seiner Werke entstanden sind, zählen heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Naturwissenschaftliche Arbeiten Goethes Mittel der Naturerkenntnis war die Beobachtung. Hilfsmitteln wie zum Beispiel dem Mikroskop stand er misstrauisch gegenüber. Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und genaueste physikalisch Apparat, den es geben kann, und das ist eben das größte Unheil der neueren Physik, dass man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat, und bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja, was sie leisten kann, dadurch beschränken und beweisen will. Er war bestrebt, die Natur in ihrem Gesamtzusammenhang, der auch den Menschen einschloss, zu erkennen. Die Abstraktion, deren sich die Wissenschaft zu dieser Zeit zu bedienen begann, betrachtete Goethe wegen der damit verbundenen Isolierung der Objekte vom Betrachter mit Misstrauen. Goethes Verfahren ist mit der modernen, exakten Naturwissenschaft jedoch nicht zu vereinbaren. Er hat den Bereich des unmittelbar sinnlichen Eindrucks und der unmittelbar geistigen Anschauung nicht überschritten in Richtung auf eine abstrakte, mathematisch verifizierbare unsinnliche Gesetzlichkeit, stellte der Physiker Hermann von Helmholtz 1853 fest. Goethes Beschäftigung mit der Naturwissenschaft fand vielfach Eingang in seine Dichtung, so in Teile des Faust und in die Gedichte die Metamorphose der Pflanzen und Gingo Biloba. Die belebte Natur stellte Goethe sich als in ständigen Wandel Begriffen vor. So versuchte er in der Botanik zunächst die unterschiedlichen Pflanzenarten auf eine gemeinsame Grundform, die Urpflanze, zurückzuführen, aus der sich sämtliche Arten entwickelt haben sollten. Später richtete er seine Aufmerksamkeit auf die einzelne Pflanze und glaubte zu erkennen, dass die Teile der Blüte und die Frucht letztlich umgebildete Blätter darstellen. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen veröffentlichte er in der Schrift Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären 1790. In der Anatomie gelang Goethe 1784 gemeinsam mit dem Anatomie Professor Justus Christian Loder zu seiner großen Freude die vermeintliche Entdeckung des Zwischenkieferknochens beim menschlichen Embryo. In Klammern ihm war entgangen, dass der Knochen in der Vergangenheit schon mehrmals beschrieben worden war. Der Zwischenkieferknochen bis dahin nur bei den Säugetieren bekannt, verwächst beim Menschen vor der Geburt mit den umgebenden Oberkieferknochen. Sein Nachweis beim Menschen galt damals als wichtiges Indiz für dessen von vielen Wissenschaftlern bestrittene Verwandtschaft mit den Tieren. Seine Farbenlehre, in Klammern 1810 erschien, hielt Goethe für sein naturwissenschaftliches Hauptwerk und verteidigte die darin vertretenen Thesen hartnäckig gegen zahlreiche Kritiker. Im Alter äußerte er, dass er den Wert dieses Werks höher einschätzte als den seiner Dichtung. Mit der Farbenlehre stellte Goethe sich gegen diejenige Isaac Newtons, der nachgewiesen hatte, dass das weiße Licht sich aus Lichtern der unterschiedlichen Beobachtungen schließen zu können, dass das Licht eine unteilbare Einheit sei und die Farben aus dem Zusammenwirken von hellem und dunklem Licht und Finsternis entstünden, und zwar durch die Vermittlung eines trüben Mediums. So erscheint beispielsweise die Sonne rötlich, wenn sich eine trübe Dunstschicht vor ihr ausbreitet und sie abdunkelt. Schon zu Goethes Zeiten erkannte man allerdings, dass diese Phänomene sich auch mit der Theorie Newtons erklären lassen. Wenn auch die Farbenlehre in ihrem Kern von der Fachwelt schon bald zurückgewiesen wurde, so übte sie doch auf die zeitgenössischen und nachfolgenden Maler, vor allem Philipp Otto Runge, einen großen Einfluss aus. Zudem schuf Goethe damit die Grundlage der Farbpsychologie. In der Geologie befasste Goethe sich vor allem mit dem Aufbau einer Mineraliensammlung, die bei seinem Tod auf 17.800 Steine angewachsen war. Über die Einzelerkenntnis der Gesteinsarten wollte er generelle Einsichten in die materielle Beschaffenheit der Erde und die Erdgeschichte erlangen. Die neuen Erkenntnisse der chemischen Forschung verfolgte er mit großem Interesse und begründete im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Universität Jena den ersten Lehrstuhl für Chemie an einer deutschen Hochschule. Nachkommen Johann Wolfgang von Goethe und seine Frau Christiane hatten fünf Kinder. Außer August, dem Ältesten, wurde eines tot geboren, die anderen starben nach Tagen oder Wochen. August hatte drei Kinder. Walter Wolfgang, geboren am 9. April 1818 und gestorben am 15. April 1885, Wolfgang Maximilian, geboren am 18. September 1820 und gestorben am 20. Januar 1883 und Alma Sedina, geboren am 29. Oktober 1827 und gestorben am 29. September 1844. August starb zwei Jahre vor seinem Vater in Rom. Seine Frau Ottilie von Goethe gebah nach seinem Tod ein weiteres, nicht von August stammendes Kind namens Anna Sybülle, das nach einem Jahr starb. Ihre Kinder blieben unverheiratet, sodass die direkte Nachkommenslinie von Johann Wolfgang von Goethe 1885 ausstarb. Seine Schwester Cornelia hatte zwei Kinder, in Klammern die nichten Goethes, deren Nachkommen, in Klammern Linie Nicolovius, noch heute leben, siehe auch der Artikel Goethe-Familie. Rezeption Die Rezeption Goethes als eines Autors, der, wie kaum ein anderer, weltweit in alle Lebensbereiche hineingewirkt und seine prägenden Spuren hinterlassen hat, ist außerordentlich vielfältig und geht weit über die literarisch- künstlerische Bedeutung seines Werks hinaus. Sie kann deshalb nur punktuell beleuchtet werden. Rezeption zu Lebzeiten Goethe erreichte den Höhepunkt seiner Popularität bereits als 25-Jähriger mit dem Werter. Das Werk fand Zugang zu allen Leserschichten und löste eine breite Auseinandersetzung aus, behandelte es doch zentrale, religiöse, weltanschauliche und gesellschaftspolitische Probleme. Die dadurch beim Publikum geweckten Erwartungen wurden durch die nachfolgenden Publikationen jedoch nicht eingelöst. Goethes spätere Werke, mit Ausnahme von Hermann und Dorothea, sowie des ersten Teils des Faust, richteten sich an literarisch gebildete Kreise, wurden aber auch dort nicht durchweg verstanden und verkauften sie schleppend. Davon unabhängig begann Anfang des 19. Jahrhunderts eine immer größere Schichten und Kreise des Publikums erfassende Kanonisierung und Mythisierung Goethes. Er wurde nun in der allgemeinen Einschätzung der Deutschen die alles überragende, epochebestimmende Erscheinung in der Geschichte der neueren Dichtung. In Goethes späteren Jahren zog sein Haus einen Besucherstrom von literarisch Gewildeten aus ganz Europa an, ein Beleg für das Interesse, das der Dichter auch im Ausland fand. Wandel des Goethe-Bildes Nach des Dichters Tod nahm seine Wertschätzung zunächst ab. Er stand nun im Schatten Schillers, dessen revolutionäre Tendenzen besser in die Zeit des Vormärz passten als die politisch-konservative Haltung Goethes. Neben die Goetheaner traten nationale, in Klammern Ludwig Börne, und kirchliche Kritiker, die ihm mangelnden Patriotismus bzw. mangelnde Religiosität und Sittlichkeit zum Vorwurf machten. Etwa seit den 1860er Jahren gehört Goethe zum Lektürekanon an deutschen Schulen. Die Epoche relativer Goethe-Ferne endete mit der Reichsgründung 1871. Der Olympier Goethe wurde nun zum Genius des neuen Reiches erklärt. Beispielhaft dafür stehen die Goethe-Vorlesungen Hermann Grimms von 1874 und 1875. Goethes Arbeit hat den Boden schaffen helfen, auf dem wir säen und ernten. Er gehört zu den vornehmsten Gründern der deutschen Freiheit. Eine Flut von Goethe-Ausgaben und Goethe-Sekundärliteratur erschien. Seit 1885 wird mit sich die Goethe-Gesellschaft der Erforschung und Verbreitung des Goethe-Schen Werkes. Zu ihren Mitgliedern gehörten die Spitzen der Gesellschaft im In- und Ausland, darunter das deutsche Kaiserpaar. Charakteristisch für den Goethe-Kult des Kaiserreichs war die Verlagerung des Interesses von Goethes Werk auf das Kunstwerk seines wohlgeführten, bewegten und reichen und doch durchaus in harmonischer Einheit zusammengehaltenen Lebens, hinter dem im Allgemeinbewusstsein die dichterische Produktion zu verschwinden drohte. So schrieb der Schriftsteller Wilhelm Rabe 1880, Goethe ist der deutschen Nation gar nicht der Dichterei und so weiter wegen gegeben, sondern dass sie aus seinem Leben einen ganzen vollen Menschen vom Anfang bis zum Ende kennenlernte. Aus dem Studium von Goethes als beispielhaft empfundenem Leben erhoffte man sich Rat und Nutzen für die eigene Lebensführung. Es gab jedoch auch Stimmen, die die Inhaltslehre des Goethe-Kults in Teilen der Bevölkerung herausstellten. Gottfried Keller bemerkte 1884, jedes Gespräch wird durch den geweihten Namen beherrscht, jede neue Publikation über Goethe beklatscht, er selbst aber nicht mehr gelesen, weshalb man auch die Werke nicht mehr kennt, die Kenntnis nicht mehr fortbildet. Und Friedrich Nietzsche schrieb 1878, Goethe ist in der Geschichte der Deutschen ein Zwischenfall ohne Folgen. Wer wäre imstandene in der deutschen Politik der letzten 70 Jahre, zum Beispiel ein Stück Goethe aufzuzeigen? Die Weimarer Republik beschwor Goethe ausdrücklich als geistige Grundlage des neuen Staates. 1919 verkündete der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert, jetzt gelte es, die Wandlung zu vollziehen, vom Imperialismus zum Idealismus, von der Weltmacht zur geistigen Größe. Wir müssen die großen Gesellschaftsprobleme in dem Geiste behandeln, in dem Goethe sie im zweiten Teil des Faust und in Wilhelm Meisters Wanderjahren erfasst hat. Praktische Wirkung hatte dieses Bekenntnis jedoch nicht. Von der politischen Linken wurde Goethe in der Weimarer Zeit kritisiert. War er am Ende wirklich, wie die ihn nicht gelesen habenden, naiven Marxisten meinten, eben nur ein Heros des Bürgertums, der Mitschöpfer einer subalternen, kurzfristigen, heute längst schon wieder abgeblühten Ideologie? Fragte Hermann Hesse 1932. Der Nationalsozialismus äußerte sich wenig zu Goethe. Dessen Humanismus, sein Kosmopolitismus und sein Bildungsideal, des auf sich selbst gestellten, sich selbst vollendenden Menschen sperrte sich der Vereinnahmung durch die faschistische Ideologie. Alfred Rosenberg erklärte 1930 in seinem Buch Der Mythos des 20. Jahrhunderts, dass Goethe für die kommenden Zeiten erbitterter Kämpfen nicht brauchbar sei, weil ihm die Gewalt einer typenbildenden Idee verhasst war und er sowohl im Leben wie im Dichten keine Diktatur eines Gedankens anerkennen wollte. In den beiden deutschen Staaten nach 1945 erfuhr Goethe eine Renaissance. Er erschien nun als Repräsentant eines besseren, humanistischen Deutschland, der über die zurückliegenden Jahre der Barbarei hinweg zu tragen schien. Jedoch stand die Goethe- Aneignung in Ost und West unter unterschiedlichen Vorzeichen. In der DDR etablierte sich, inspiriert vor allem durch Georg Lukacs, eine marxistisch-leninistische Interpretation. Der Dichter wurde nun zum Verbündeten der französischen Revolution und Wegbereiter der Revolution von 1848 und 49 erklärt. Sein Faust zur Produktivkraft für die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft. Dagegen knüpfte man in der Bundesrepublik an das traditionelle Goethe-Bild an. Ab dem Ende der 1960er Jahre wurde hier im Zuge der Klassik-Schelte auch Goethe als nicht mehr zeitgemäß infrage gestellt. Goethes intensive und fortwährende Auseinandersetzung mit dem Islam und dessen heiliger Schrift, dem Koran, hatte schon zu lebhaften Kontroversen geführt. Der Goethe-Forscherin Katharina Mommsen zufolge ging Goethes religiöse Affinität zum Koran sowie seine persönliche Sympathie für den Propheten Mohammed weit über das Toleranzbestreben der Aufklärungsbewegung hinaus. Einer bestimmten Religionsgemeinschaft hat Goethe sich indes offenbar nie völlig anschließen können. Einfluss auf Literatur und Musik. Goethes Einfluss auf die deutschen Dichter und Schriftsteller, die nach ihm kamen, ist allgegenwärtig, sodass hier nur einige Autoren genannt werden können, die sich mit ihm und seinem Werk in besonderem Maße auseinandersetzten. Die Dichter und Schriftsteller der Romantik knüpften an den gefühlsüberschwang des Sturm und Drang an. Franz Grillparzer bezeichnete Goethe verschiedentlich als sein Vorbild und teilte mit diesen, neben bestimmten stilistischen Gepflogenheiten, die Abneigung gegen politischen Radikalismus jeglicher Art. Friedrich Nietzsche verehrte Goethe sein Leben lang und fühlte sich besonders in seiner skeptischen Haltung zu Deutschland und zum Christentum als dessen Nachfolger. Goethe kann als Grundlage der Bildung eine ganze Kultur ersetzen und von Goethes Sprüchen in Prosa geht heute vielleicht mehr Lehrkraft aus als von sämtlichen deutschen Universitäten, schrieb Hugo von Hofmannsthal 1922. Er verfasste zahlreiche Aufsätze zu Goethes Werk. Thomas Mann empfand für Goethe tiefe Sympathie. Er fühlte sich ihm wesensverwandt, nicht nur in seiner Rolle als Dichter, sondern auch in einer ganzen Reihe von Charakterzügen und Gewohnheiten. Thomas Mann verfasste zahlreiche Essays und Aufsätze zu Goethe und hielt die zentralen Reden zu den Goethe-Jubiläumsfeiern 1932 und 1949. In seinem Roman Lotte in Weimar lässt er den Dichter lebendig werden. Mit dem Roman Doktor Faustus griff er den Fauststoff erneut auf. Unter allen deutschen Dichtern ist Goethe derjenige, dem ich am meisten verdanke, der mich am meisten beschäftigt, bedrängt, ermuntert, zu Nachfolge oder Widerspruch gezwungen hat, schrieb Hermann Hesse, der sich immer wieder mit Goethe auseinandersetzte. So wandte er sich in einer Szene seines Steppenwolfs gegen eine Verfälschung des Goethe-Bildes. Ulrich Plensdorf übertrug in seinem Roman die neuen Leiden des jungen Weh, das Wertergeschehen in die DDR der 1970er Jahre. Dem Theologen, Philosophen und Arzt Albert Schweitzer schließlich wurde Goethe zum Vorbild eines Menschen, der Sorge um andere nicht auf sich beruhen, sondern durch Hilfeleistung fruchtbar werden ließ. Für Schweizer war Goethe Mentor und Tröster in schwierigen Zeiten. Zahlreiche Gedichte Goethes wurden, vor allem von Komponisten des 19. Jahrhunderts, vertont, wodurch der Dichter die Entwicklung des Kunstliedes förderte. Der produktivste unter den musikalischen Goethe-Interpreten war Franz Schubert mit rund 80 Goethe-Vertonungen, darunter die populär gewordenen Heidenröslein, Gretchen am Spinnenrade und der Ehrkönig. Felix Mendelssohn Bartholdi, mit Goethe persönlich bekannt, vertonte die Ballade die erste Walpurgisnacht. Auch Robert Schumann hinterließ Goethe-Vertonungen, ebenso Hugo Wolf. Dieser widmete sich unter anderem Gedichten aus dem Wilhelm Meister und dem westöstlichen Divan. Rezeption als Naturwissenschaftler Goethes naturwissenschaftliche Arbeit wurde von den zeitgenössischen Fachkollegen anerkannt und ernst genommen. Er stand in Kontakt mit angesehenen Forschern wie dem Naturforscher Alexander von Humboldt, dem Arzt Christoph Wilhelm Hufeland und dem Chemiker Johann Wolfgang Döberreiner. In der Fachliteratur wurden seine Schriften, allen voran die Farbenlehre, von Beginn an kontrovers diskutiert. Mit der Fortentwicklung der Naturwissenschaften wurden Goethes Theorien in weiten Teilen als überholt betrachtet. Eine vorübergehende Renaissance erfuhr er ab 1859, dem Erscheinungsjahr von Charles Darwins Werk »Die Entstehung der Arten«. Goethes Annahme eines ständigen Wandels der belebten Welt und der Zurückführbarkeit der organischen Formen auf eine gemeinsame Urform führte nun dazu, dass er als ein Vordenker der Evolutionstheorien galt. 1883 bis 1897 gab Rudolf Steiner Goethes naturwissenschaftliche Schriften heraus. Er erkannte in dem ganzheitlichen Erkenntnisverfahren Goethes eine Alternative zur zeitgenössischen materialistisch-mechanischen Naturauffassung, Gedanken, die er als Goetheanismus in die später von ihm begründete Anthroposophie einfließen ließ. Seither gewann Goethes ganzheitliche, den Menschen einschließende Methode der Naturerkenntnis, obwohl deren Ergebnisse im engeren Sinne dem Stand der Wissenschaft nicht mehr entsprachen, immer dann an Aktualität, wenn im öffentlichen Diskurs nach Alternativen zu dem mechanistischen Weltbild der modernen Naturwissenschaft und ihrer auf Entseelung gerichteten Technisierung gesucht wurde. So zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Schriftsteller Houston Stuart Chamberlain und wiederum seit den 1980er Jahren im Rahmen der New Age Bewegung. Goethe als Namensstifter findet sich im Hauptartikel Liste Goethe als Namensstifter. Auswahl der Werke Es war eine der besonderen Eigenarten Goethes, begonnene Dichtungen oft jahrelang, manchmal jahrzehltelang liegen zu lassen, bereits gedruckte Werke erheblichen Umarbeitungen zu unterwerfen und manches fertiggestellte erst nach langer Zeit in den Druck zu geben. Eine Datierung der Werke nach Entstehungszeit ist deshalb manchmal sehr schwierig. Die Liste orientiert sich am vermuteten Zeitpunkt der Entstehung. Dramen Das Schäferspiel Die Laune des Verliebten, verfasst 1768, im Druck 1806 Das Lustspiel Die Mitschuldigen, begonnen 1769, im Druck 1787 Das Schauspiel Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand 1773, ein Fastnachtsspiel von Pater Brei 1774, die Farce Jahrmarktsfest zu Plundersweilern 1774, die Farce Hanswurst-Tochzeit 1775, die Farce Götter Helden und Wieland 1774, das Trauerspiel Klavigo 1774, das Trauerspiel Egmont, begonnen 1775, im Druck 1788, das Schauspiel mit Gesang Erwin und Elmire 1775, die Geschwister, ein Schauspiel in einem Akt 1776, Steller, ein Schauspiel für Liebende 1776, der Triumph der Empfindsamkeit, eine dramatische Grille, verfasst 1777, das Monodramen Pro Serpina 1778 und 1779, das Drama Ephigenia auf Tauris, die Prosa-Fassung von 1779 und im Druck 1787, das Drama Toccato Tasso, ab 1780, im Druck 1790, Faust, ein Fragment, 1790, das Lustspiel der Groß Kofta, 1792, das Lustspiel der Bürgergeneral, 1793, Faust, eine Tragödie, ab 1779, im Druck unter diesem Titel zuerst 1808 erschienen, Mahomet der Prophet, Übersetzung und Bearbeitung einer Tragödie von Voltaire, 1802, das Trauerspiel, die natürliche Tochter, 1803, Pandora, ein Festspiel, entstanden 1807 und 1808, im Druck 1817, Faust, der Tragödie zweiter Teil, 1832, Posthum veröffentlicht, Romane und Novellen Der Briefroman »Die Leiden des jungen Wärters« von 1774, zweite Fassung 1787, Wilhelm Meisters »Theatralische Sendung« in Klammern »Urmeister«, Roman, ab 1776, im Druck 1911, »Die Rahmenerzählung Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten« 1795, Der Text »Wilhelm Meisters »Lehrjahre«, 1795, 1796, Novelle, ab 1797, Der Roman »Wilhelm Meisters »Wanderjahre«, ab 1807, im Druck 1821, erweiterte Fassung 1829, in Klammern Text. Der Text »Die Wahlverwandtschaften«, 1809. Vers eben Der Tierepos »Reinicke Fuchs«, 1794 Die Idylle in Hexametern »Hermann und Dorothea«, 1798 Gedichte 1771 »Mailied«, 1774 »Prometheus«, 1774 und 1775 »Vor Gericht«, 1777 »An den Mond«, 1780 »Wanderers Nachtlied«, 1782 »Der Errkönig«, 1797 »Der Zauberlehrling und der Schatzgräber«, 1799 »Die Erste Walpurgisnacht«, in Klammern »Ballade von Felix Mendelssohn Bartholdi in Form einer Kantate für Soli, Chor und Orchester vertont«, 1815 »Totentanz«, 1828 »Dem aufgehenden Vollmonde«, in Klammern »Gedichte«, Dornburg, 25. August 1828 Gedichtzyklen und Epigrammsammlungen »Römische Elegien«, 1788 bis 90 »Venezianische Epigramme«, 1790 »Xenien«, in Klammern »Epigramme«, zusammen mit Friedrich Schiller«, veröffentlicht 1796 »Westöstlicher Divan«, erschienen 1819, erweitert 1827 »Übertragungen«, im Hauptartikel »Liste der Übersetzungen von Goethe« »Aufzeichnungen und Aphorismen«, »Einzelheiten, Maximen und Reflexionen«, 1833, in Klammern »Postum« veröffentlicht »Ästhetische Schriften«, über den Dilettantismus, in Klammern »Fragment«, zusammen mit Friedrich Schiller, 1799 »Über Kunst und Altertum«, in Klammern »Sechsbände«, zusammen mit Johann Heinrich Mayer, 1816 bis 1832 »Naturwissenschaftliche Schriften«, die »Schriften zur Naturwissenschaft«, in Klammern »im Auftrage der Deutschen Akademie«, »Der Naturforscher Leopoldina«, begründet von Karl Lothar Wolf und Wilhelm Troll »Über den Granit«, 1784 »Über den Zwischenkiefer der Menschen und der Tiere«, 1786 »Beiträge zur Optik«, in Klammern »Abhandlungen«, zwei Bände, 1791 und 92 »Zur Farbenlehre«, in Klammern »wissenschaftliche Abhandlung«, 1810 »Autobiografische Prosa«, »Aus meinem Leben«, »Dichtung und Wahrheit«, in Klammern »Autobiografische Dichtung«, vier Bände, 1811 bis 33 »Italienische Reise«, 1816 und 17 »Kampagne in Frankreich«, in Klammern »Bericht«, 1822 Der Artikel »Johann Wolfgang von Goethe« wurde von Max Langkau mit dem Benutzernamen Mad Maxien am 16. Februar 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 anportet, kann unter creativecommons.org slash licences slash by-sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash johann-wolfgang von Goethe. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link »Versionsgeschichte« abgerufen werden. Das ist eine Liste der Autoren 1938 Monmouth »Zachussggenbien« Das war die possibilität消weise dies,